In der Linux-Welt ist es gang und gäbe, dass man Systeme sich schnappt, andere Betriebssysteme und die dann forked oder kopiert. Nur leider hat sich auch eine gewisse Unart breit gemacht, eben auch proprietäre Betriebssysteme ebenfalls zu forken und zu kopieren, wie zum Beispiel hier Linux FX. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wenn du oben auf das i klickst, kannst du das finden. Und das gleiche gibt es jetzt auch in der Mac-Version, nämlich hier mit PairOS Nice Core. Das ist dann quasi ein Clone von macOS und das Ganze mit einer Birne. Wie kompliziert oder einfach die Installation von PairOS ist, ob sich das überhaupt lohnt und ob hier irgendwelche rechtlichen Sachen drin sind, die fragwürdig sind. Und ja, das schauen wir uns jetzt an in diesem Video und das wird richtig krass. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS. Und heute installieren wir mal einen MacOS-Rip-Off namens PairOS. Aber zuvor möchte ich noch mal ganz kurz auf meinen Twitch-Kanal hinweisen. Auch jeden Samstag um 19 Uhr zocke ich irgendein Spiel. Aktuell spiele ich Portal 2 und da bin ich noch nicht durch. Das heißt, nächsten Samstag um 19 Uhr hier auf Twitch geht es dann weiter mit dem dritten Teil von Portal 2. Also sei dabei, hier ist auch ein Countdown. Noch sechs Tage, acht Stunden und fünf, fünf, die Minuten. Dann geht's wieder weiter. Und dann löse ich die fast unlösbaren Rätseln von Portal 2. So, nun aber zurück zu PairOS. Und zwar im Jahr 2013 wurde PairOS das erste Mal veröffentlicht. Es war im Prinzip ein Ubuntu- und Debian-Gemisch quasi mit einer vollständigen MacOS-Optik. Und zwar wirklich angepasst auf das damals aktuelle MacOS-X-Design. So, das hat Apple natürlich nicht ganz so gepasst, scheinbar. Zumindest geht man davon aus, dass es da wohl Probleme gab. Ja, das Logo, eine angebissene Birne und damals sah die Webseite per linux.fr so aus. Auch hier sah die Seite quasi ähnlich aus, wie die Mac-Seite oder die Apple-Seite damals aussah. Und schönes, schickes Design. Allerdings hier auch natürlich die Original-Logo von Apple. Und ja, da kann es natürlich zu Problemen kommen. Und zu Problemen kam es dann auch. Und zwar wurde das Projekt PairOS dann Ende Januar 2014 komplett eingestellt. PairOS und PairCloud sind nicht mehr verfügbar zum Download. Und hier steht noch ein sehr interessanter Satz. The concept has pleased them and now wants to continue and improve the system for their own products. Und I cannot give a name, but it's a very large company well known. Schwierig, schwierig, welche large company das wohl gewesen sein könnte, die jetzt quasi dieses System Cloud und so weiter selber improveen wollen für ihre eigenen Produkte. Es könnte natürlich auch auf Ubuntu zurücklaufen, dass das ganze Konzept von Ubuntu oder von Canonical entsprechend gezogen wurde. Weil kurz darauf, ich glaube es war auch so 2014, 2015, gab es ja dann sowas ähnliches auch direkt durch Ubuntu. oder es gab Probleme mit Apple. Wer weiß, wer weiß. Aber wo eine Tür zufällt, ach so, und so sieht die Seite PairLinux.fr jetzt aus. Das ist im Prinzip eine französische Ansammlung, ja sowas ähnliches wie ein App Store, will ich mal sagen, wo man eben Apps für den PC oder für das Smartphone herunterladen kann. Alles auf Französisch. Ja, das ist jetzt die aktuelle Seite PairLinux.fr. Gut, ja, aber wie gesagt, wo eine Tür zufällt, da geht dann eine neue auf. Und es hat dann tatsächlich ein paar Jahre jetzt gedauert. Und seitdem ist dann ein neuer Fork auf den Markt. Und auch hier wieder das Logo mit der abgebissenen Birne, ja, um da wirklich ganz klar darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei eben um ein Apple Fork handelt oder ein Apple Rip-Off, könnte man ja sagen, ein Mac Rip-Off. Und die Seite sieht ein bisschen fishy aus mit XYZ, aber es geht wahrscheinlich auch ein bisschen um Anonymität, um ein bisschen vielleicht irgendwelchen Lizenzstrafen oder ähnlichem zu entkommen. Hat man dann die Webseite da eben irgendwo auf irgendwelche Inseln in Ozeanien gehostet und dann die Endung XYZ einfach genommen. Allerdings ist der Entwickler gar nicht so unbekannt, sage ich mal. Also zumindest geht er hier mit seinem vollen Klarnamen rein. Alexandru Balan ist quasi der Entwickler. Ich habe den mal gegoogelt, ob man von dem vielleicht noch was anderes findet. Das Einzige, was ich finden konnte, ist ein rumänischer YouTuber namens Alexandru Balan. Allerdings ist das so ein bisschen der Simon Desu in Rumänien. Also auch ein YouTuber, der ziemlich umstritten ist, der schlechte Witze macht und der auch ein bisschen Probleme mit den Cops hat. Ich habe mir den YouTube-Kanal kurz angeguckt. Er hatte wohl irgendwie gerichtlich auch festgelegt gekriegt, dass er keine in Social Media nicht mehr posten darf. und ich habe mir den mal angeschaut und ich glaube nicht, dass das derselbe ist, weil der YouTuber sieht mir nicht helle genug aus, um so ein Projekt hier auf die Beine zu stellen. So, vom Design her sieht man ja, free, easy, better. Es ist kostenfrei, es ist leicht und es ist besser. Ja, besser als was wissen wir nicht. Allerdings sehen wir hier auf den Screenshots schon genau, wo es hingeht. PeerOS Nice Core heißt die aktuelle Version. What is Nice Core? Und hier steht, Nice Core is an Alternative for the current PeerOS Versions. Ja, das bedeutet einfach nur, es ist der aktuelle Versionsname. Und PeerOS Nice Core basiert auf Arch Linux mit KDE Plasma. Ja, das ist also alles ein KDE Plasma und man hat sich dann hier Arch bedient anstelle von Ubuntu oder Debian. Dann das, was auch mein Interesse geweckt hat, ist natürlich auch die Frage, how many developers are in PeerOS? Wie viele Entwickler gibt es bei PeerOS? Und hier steht es nämlich, here is only one developer. Es gibt also nur einen einzigen Entwickler, der im Prinzip dieses Betriebssystem baut. Hier wird aber noch darauf hingewiesen, dass jeder eingeladen ist, mitzuwirken, wie zum Beispiel André Moutin. Moutin ist wohl auch Entwickler und entwickelt entsprechend die Webseite. Hier steht Website unter Construction. Seine eigene Webseite ist noch unter Construction. Aber der baut zum Beispiel hier die ganze Webseite, das designt das und pflegt das alles. Gut, dann haben wir hier noch einen Support-Button. Da kann man Discord, Reddit oder per E-Mail ihn anschreiben, den Alex. Dann gehen wir doch einfach mal in Downloads. Dann gehen wir auf Download Nice Core und werden dann auf nicecore.pos.xyz umgeleitet. Und hier werden wir dann auch nochmal beglückt mit ein paar Screenshots und Beschreibungen, was per OS ist und wie es funktioniert und warum das Ganze denn so toll ist, muss. So, jetzt gehe ich mal auf Get. So, if the download doesn't start automatically. Warten wir mal kurz ein paar Sekunden. Gut, startet nicht. Also klick hier. Okay. Und ich werde umgeleitet auf die GitHub-Seite. Sehr gut. Und RC2 ist draußen. Und ja, hier haben wir die ISO. Ziemlich aktuell. 7.22, also Juli 2022. Schon mal gut. So, der Download ist fertig. Und dann wechseln wir mal in eine virtuelle Maschine. Und gehen auf Neu und wählen das Medium aus. 4.OS Nice Core. Nichts erkannt. Wir wissen aber, dass es ein Arch ist. Ein Arch Linux. Jetzt habe ich auf Back gedrückt. Das ist natürlich völliger Käse. Einmal weiter. So, bei Speicher. Ich nehme gleich mal volle Kanne. Nehme hier 30 Gigabyte Forward. Und dann haben wir hier P.E.O.S. Möchte eine UEFI-Installation. Dann wird IOTreiber sind soweit fertig. Das passt schon. Und dann können wir mit der Installation beginnen. So, hier kommen wir zum Linux Loader. So sieht das aus wie ein ganz einfacher Bootloader. Völlig unkompliziert. Und hier kann ich mir schon mal aussuchen, welche Art ich jetzt starten möchte. Was soll alles geladen werden? Welcher Kerne? Hier sind nämlich die NVIDIA GPU Treiber mit dabei. Und hier ist die Free and Open Source Treiber. Ich habe eine AMD und somit einmal Open Source. Sehr gut, dass das angeboten wird. Finde ich sehr, 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 sehr aufmerksam. Hier sehen wir dann schon die Birne. Die abgebissene Birne. Und ja, jetzt warten wir mal noch ab, bis der Rest hier geladen ist. Okay, ja, sieht sehr gut aus. Gehen wir gleich mal in die Systemeinstellungen. Sehr schön noch mit dieser Transparente. Und hier haben wir dann ein Standard KDE Plasma Menü, Display und Monitor. Und dann hauen wir hier den Full HD rein, Apply und Keep. Das ist ein bisschen laggy alles, aber das liegt ein bisschen auch an KDE Plasma selber in der virtuellen Maschine. Das ist alles nicht immer so cool. So, sieht schon mal ganz interessant aus. Sehr hell auch, aber das ist ja so typisch Mac-Style. Wer also drauf steht, wunderbar. Ich gehe jetzt hier einfach auf Install POS Nice Core. Das ist der POS Installer. Ich weiß nicht, ob er das jetzt... Ah ja, okay. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, zwei Sprachen zu wählen. Einmal Englisch oder Rumänisch. So, mein Rumänisch ist ein bisschen eingetrocknet, deswegen bleibe ich bei Englisch. Das verstehe ich dann doch ein kleines bisschen besser. Und hier geht es los. Wir können von einem Pack-Up restoren quasi. Ah, okay. Das ist aber absichtlich. Das heißt also tatsächlich nicht Back-Up, sondern Pack-Up. Hier geht es, wenn du dein System gepackt hast irgendwie. Oder es ist einfach nur ein Schreibfehler. Wer weiß, wer weiß. So, hier können wir neu installieren. Das machen wir auch. So, wir haben hier eine Terms of License. Allerdings sieht das eher aus wie die ganz Standard-Free-Open-Source-Lizenz Version 3 oder so. Also hier sieht... Oder wollen die das Erstgeborene holen, wenn ich mich nicht dran halte? Ja, sieht alles aus wie der Standard-Arch-Lizenz. Also können wir auch Agree machen. So, hier ist unsere Festplatte. Die wählen wir einmal aus. Continue. Ist übrigens ein sehr, sehr schicker Installer, muss ich sagen. Ist auch mal was anderes. Nicht immer nur der Calamaris-Installer. Sondern, ja. Oder Ubiquity. Das ist auch mal eine sehr, sehr schöne Art zu installieren. Zumal es auch sehr minimalistisch ist und man auch nicht überfordert wird. So, die Installation ist auch schon vorbei. Du kannst das Fenster schließen mit Alt-F4 und neu starten. Ich kann aber auch einfach auf Close drücken, nehme ich mal an. Ah, deswegen steht hier Alt-F4, weil er das mit dem Close nicht so ganz hingekriegt hat. Aha, aha, aha. Machen wir mal Alt-F4. Sehr gut. Gut, hier haben wir dann noch ein Logging. Und dann würde ich sagen, äh, RYSTART. So, bedauerlicherweise startet das ganze System gar nicht. Und da bin ich mal gespannt, woran das liegt. So, es kann immer mal wieder vorkommen, dass man zum Beispiel etwas installieren möchte und dann startet das nicht. Und das ist doch eigentlich mal perfekt, um ein bisschen auf Fehlersuche zu gehen, um herauszufinden, woran es denn wirklich liegt. Als allererstes schalten wir mal die Maschine wieder aus. Also wir erzwingen die Ausschaltung. Und dann starte ich doch noch mal von CD, also direkt von der ISO. Einmal Apply, einmal Starten. So, ich habe in der Zwischenzeit, weil ich das Ganze jetzt selbst erst mal vorher ein bisschen rausfinden musste, mal versucht einfach, anstatt UEFI, das Ganze im, ja, Legacy BIOS zu starten. Deswegen haben wir jetzt ein buntes Grub-Menü gesehen. Das liegt daran, weil das Ganze jetzt quasi als Legacy BIOS startet und eben nicht als UEFI. Aber das Problem bleibt ja trotzdem bestehen. Und jetzt müssen wir mal herausfinden, woran es denn wirklich liegt. So, die Live-Umgebung ist gestartet. Und als allererstes werde ich noch mal fix die Auflösung setzen. Das ist völlig in Ordnung. Das machen wir dann einmal hier. Apply, Apply und Keep. So, dann haben wir das schon mal. So, mir ist vorhin nach der Installation aufgefallen, dass hier eine Log-Datei erstellt wurde. Hätten wir da mal reingeschaut, hätten wir wahrscheinlich gewusst, woran es liegt. So, ich werde jetzt diesen Installer einfach noch mal starten. Sowohl Englisch und so weiter. So, installen, weiter, Lizenz akzeptieren und die VDA auswählen. Einmal weiter. Jetzt wurde der Installer gestartet. Hier ist jetzt auch was durchgelaufen und mit Alt-F4 können wir den ganzen Spaß wieder schließen. Und jetzt haben wir eine Install-Log-Datei. Und die interessiert mich, denn so wie es aussieht, scheint ja die Installation fehlgeschlagen zu sein. So, und ja, in der Tat gibt es tatsächlich ein paar Sachen hier. So, creating install root. Das hat also soweit geklappt. Dann wurden hier die Pakete, die Repositories synchronisiert. Main, Core, Extra, Community und ein ALG-Repo. Wahrscheinlich eins von dem Entwickler selber. So, und hier geht es nämlich schon los. Error, Target not found, Electron 11. So, das heißt, Electron 11 soll installiert werden. Funktioniert aber nicht. Gut, und da schauen wir doch mal nach, wie sich das mit Electron 11 hier verhält. Warum es das nicht gibt. Dazu öffnen wir einfach mal den Firefox. Und weil mir das Ganze jetzt hier in der virtuellen Maschine ein bisschen zu lange dauert, auch mit dem Firefox, werde ich jetzt hier ganz einfach mal fix auf meine richtige Maschine hier umswitchen. So, hier sind wir ja schon auf der POS Arch Linux GitHub-Seite. Da haben wir es ja vorhin runtergeladen. Und da gibt es hier den POS Installer. Und da wird das Ganze auch nochmal beschrieben. Und die CD, beziehungsweise dieses Programm, was wir hier starten, wenn wir auf Properties gehen, heißt System Install. Das ist also der POS Installer namens System Install. Ein Programm, was dann gestartet wird. Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Und System Install, so sieht dieses Programm aus. Das ist quasi der Quelltext. Und da gehe ich mal auf Setup. So, und hier ist eine ganze Menge an Bash Scripting. Und Bash Scripting hat den Vorteil, dass man das doch recht gut lesen kann. Und man recht schnell durchsteigt, was da so Phase ist. Und wir fangen gleich mal hier oben an. Hier wird dann einfach sichergestellt, dass man sich eben in der richtigen Umgebung befindet. Und hier kommen nämlich die Base Packages. Einmal Arch Linux Keyrings. Und hier haben wir Electron 11. So, Electron 11 soll dann quasi installiert werden mittels des Befehls sudo pacman oder einfach nur pacman-sy und so weiter. So, hier sehen wir auch, wurden hier schon Zeitzonen aus Bucharest vorgegeben und so weiter. Default User, Default Passwort und so weiter. Das ist aber alles erstmal gar nicht so wichtig. Ich werde jetzt einfach mal nach Base Packages suchen. So, und da haben wir hier schon mal zum Beispiel was. Packstrap. Genau, hier wird das Ganze nämlich ausgeführt. Packstrap. Slash MNT und dann Base Packages. Das Packstrap, wer schon mal meine Arch Linux Installation gesehen hat oder mitverfolgt hat, der weiß Packstrap ist quasi diese Basisinstallation, wo diese ganzen Standardordner auch ja reingesetzt werden, reingelegt werden. Und ja, da würde ich mal vorschlagen, also das sieht alles soweit an sich erstmal soweit gut aus. Das heißt, das ist im Prinzip das, was nachher bei Packstrap reingesetzt wird. Und wir schauen mal im Arch, unter archlinux.org, gehen wir hier in die Paketsuche und gucken mal nach Electron 11. Und wie Sie sehen, sehen Sie nämlich nichts. Electron 11 ist in den Repositories von Arch Linux gar nicht mehr drin. Es gibt noch ein Arch User Repository mit Electron 11 als Bindatei. Ja, das ist quasi noch geblieben. Jetzt ist natürlich diese große Frage, warum oder wie wichtig Electron 11 tatsächlich ist oder ob man nicht einfach ein normales Elektron hier installieren kann. Und das werden wir niemals erfahren, wenn wir es nicht einfach mal ausprobieren. Deswegen werde ich jetzt hier mal folgendes durchführen. Und zwar werde ich jetzt doch hier in der virtuellen Maschine mal den Browser öffnen. Gehe dann auf pureOS, archlinux und dann auf github. So, einmal archlinux hier. So sieht das wahrscheinlich ganz gut aus. Und dann gehe ich in den Installer und dann werde ich das Ganze hier einfach mal klonen mit git-klon. Ich hoffe doch mal, dass hier git wenigstens drauf ist. Dazu öffnen wir ein Terminal. Okay, das ist der... So, hier. So, dann cd. Wir sind richtig. Dann git-clone. Okay, funktioniert. Git ist schon mal drauf. Jetzt wird der pureOS-Installer quasi geklont. Dann werde ich jetzt cd. PureOS. So, wir sind jetzt erstmal drin im pureOS-Installer. Und dann listen wir nochmal auf und gehen hier ins System-Install rein. cd. System-Install. Und hier dann in die Setup-Datei. Und mal schauen, ob wir Wim installiert haben mit Setup. Okay, sieht nicht so danach aus. Dann machen wir ganz einfach Kate. Kate haben wir auf jeden Fall drauf. So, dann einmal vergrößern. So, und jetzt haben wir hier nämlich die Datei, die wir jetzt ein bisschen bearbeiten können. Und ich werde jetzt hier die 11 einfach rausnehmen, weil ich weiß, dass Elektron auf jeden Fall dabei ist. Alles andere kann im Prinzip so bleiben, wie es jetzt ist. So, wir können das Ganze jetzt mal einfach speichern. Das habe ich jetzt mal gemacht. und dann würde ich vorschlagen, ich schließe das Ganze jetzt hier, bin jetzt hier in System-Install drin und werde jetzt hier einfach mal auf Make gehen. So, dann einmal englisch. Jetzt startet im Prinzip meine, ja, meine quasi selbstgebaute, meine selbstgebaute Installation oder mein selbstgebauter Installer. Agree, VDA, hier hat er jetzt festgestellt, dass da schon was drauf ist und jetzt installiert er. Und jetzt dauert das Ganze schon ein kleines bisschen länger und das ist was Gutes, finde ich. Denn jetzt muss er das Ganze natürlich alles auch irgendwie bearbeiten. Sehr gut. Und das hat auf jeden Fall geklappt und er zumindest sagt er mir das. Jetzt werde ich wieder mit Alt F4 das Ganze fließen und mir als allererstes die Install-Log-Datei anschauen. So, hier sehen wir dann, haben wir diese ganzen Sachen. Das sieht alles erstmal super, super gut aus. Hier werden jetzt die ganzen Pakete aufgelistet, die er installieren möchte. Und das sind eins, also fast fünf Gigabyte, die er dann hier an Platz entsprechend verbraucht. So, hier hat er dann alles erstmal installiert. Hintereinander weg. Ich scroll jetzt mal ein bisschen runter, weil das ist tatsächlich einfach nur Pakete, Pakete, Pakete. So, hier kommen wir dann zu diesen Keyrings. Und hier scheint das mit diesen Keyrings nicht ganz hinzuhauen oder hingehauen zu haben. So, fail to install package to new root. Und damit ist die ganze Installation erneut fehlgeschlagen. So, Freunde der Nacht. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt im Prinzip das gesamte PROS komplett manuell installiert. Und ich hoffe doch mal, dass das Ganze jetzt funktioniert. Und ja, das ist quasi jetzt der PROS Bootloader. Quasi Grub ein bisschen designt. Und ich gehe jetzt einfach mal hier auf Arch Linux. Und dann hoffe ich doch mal, dass das Ganze jetzt bootet. Sehr gut. So, da haben wir jetzt quasi die Oberfläche, die Standard-Oberfläche. Zumindest erstmal das Hintergrundbild mit der Birne. So, alles andere ist auch erstmal geladen. Sieht gut aus. Ich werde jetzt nochmal in die Einstellungen gehen. Und hier einmal die Auflösung anpassen. Display und einmal hier Full HD, Apply und Keep. So, das war eine etwas schwierigere Geburt, muss ich ehrlich mal gestehen. Die Installation war nicht ganz einfach. Da gibt es einige Fehler im Installationsskript. Das heißt, sollte die Installation so wie sie der Entwickler vorgesehen hat, bei irgendjemandem von euch so funktionieren, dann kann ich mir absolut nicht erklären, warum. Ich erkläre jetzt auch mal, warum die Installation nicht funktionieren kann. Zumindest nicht die automatische Installation. Dazu gehen wir nochmal in das GitHub-Repository vom Entwickler von PROS Arch Linux. So, meine deutsche Tastatur hat er nicht anerkannt. Das ist überhaupt nicht so schlimm. So, alle ablehnen. Und Arch Linux Base, da haben wir es. Dann gehen wir hier in den Installer rein und schauen uns nochmal bei der System Install die Setup-Datei an. Der Anfang, so sieht erstmal ganz gut aus, auch mit der Partitionierung und so weiter. Das funktioniert alles wunderbar. Problematisch ist es bei der Installation ja als erstes geworden wegen der Keyrings. Da sind irgendwelche Keys veraltet. Deswegen musste das Problem erstmal gelöst werden. Nämlich indem komplett die Keyrings erneuert werden, bevor man das Installationsskript überhaupt ausführt. Weil dann, sonst funktioniert das hier mit Packstrap nicht. So, dann, was ich geändert habe, ist, ich habe Electron 11 einfach durch Electron ersetzt. Ich habe also die 11 rausgenommen. Denn das funktioniert einfach nicht. Electron 11 gibt es nicht mehr im Arch-Repository. Es gibt es noch als Bindatei im Arch-User-Repository. Das heißt, man kann das Ganze dann noch aus dem AUR nachinstallieren. So, alles andere war erstmal dann soweit in Ordnung. Man hat hier die Zeitzonen festgelegt mit Local Time und so weiter. Das läuft alles soweit automatisch. Sogar das mit dem Grub-Theme. Das haben wir ja eben auch gesehen. Das war ja dieses POS-Theme. Das sieht ja ganz nett aus. So, und ab hier habe ich dann quasi manuell übernommen. So, nachdem quasi das Grub-Theme getätigt wurde, habe ich dann selber auch nochmal Grub-MK-Config gemacht. Ich habe das quasi nochmal ausgeführt, indem ich mich vorher reingeroutet habe mit Arch-Ch-Root. Ja, und dann habe ich dann dort das Ganze nochmal durchgeführt. So, ich habe dann gleich ein Root-Passwort vergeben und auch gleich einen Nutzer angelegt, nämlich den Nutzer-Typ mit einem Passwort dazu. Und bin dann hier quasi so ein Stück weit alles Mögliche mal durchgegangen. Hier gibt es das Einzige, was ich weggelassen habe, ist dieses POS-Post-Install. Das ist wohl eine Ausführung und nennt sich halt BIN-POST oder das ist halt das POS-Installations-Skript im Prinzip. Ich weiß gar nicht, ob das drauf ist, ob der das automatisch mit drauf gemacht hat. Wir können es nochmal testen. Ich werde mal das Terminal öffnen. So, nachdem wir das Ganze jetzt hier ein bisschen aufgemacht haben. Plus, plus, funktioniert so nicht. So, ich gucke mal, ob wir POST, so heißt das, wie heißt das, wie heißt das? POS-POST, ach so, BIN-POST, BIN-POST. Dann machen wir das mal mit BIN-POST. Gut, das, ja, Elektron 11, genau. Für diese POST-Installation, für dieses POST-Setup benötigt der Elektron 11. Gut, dann werden wir das Ganze jetzt mal installieren, schnell. Mit Yay. Binde Strich S Y. So, und dann Elektron 11 minus BIN. Die ist nämlich im User-Repository nur noch als BIN verfügbar. So, brauchen wir nicht. So, wir können das quasi loslegen. Also, da brauchen wir uns jetzt nicht die Make-Datei angucken. Wir lassen den das Ganze jetzt hier kurz installieren. So, das sieht erst mal gut aus. Er hat es jetzt installiert. Und wir können jetzt BIN-POST noch mal starten. So, und so funktioniert das Ganze jetzt. So sieht er, das sollte eigentlich das sein, was dann sich nach dem ersten Neustart automatisch öffnet. Also sind wir hier German, Continue, Tastaturlayout. Jetzt können wir das Ganze hier nämlich festlegen. Jetzt kommt noch die Zeitzone. So, da gehen wir auf Europe. Und der hat das alphabetisch rückwärts sortiert. Berlin. Fortsetzen. Vollständiger Name. Und Konto Bezeichnung. Damit ist im Prinzip eigentlich der Username. Ich mache jetzt einfach mal, okay, dann machen wir mal, ja, 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 ja. So, vollständiger Name ist, ja, hat er noch nicht übernommen. Typ. Ich nehme jetzt als Konto mal Typ 2. Weil ich schon ein Kontotyp angelegt habe. Und das Passwort nehmen wir ein schweres und kompliziertes Passwort. So, einmal fortsetzen. Jetzt kommt hier noch mal so eine komische Lizenz. Einmal weiter. Und Einrichten ihres Parentosh. So, der macht jetzt quasi im Hintergrund irgendwas und startet im Prinzip neu. Okay. Boot Existing OS. Arch Linux. Und jetzt kann ich mich quasi einloggen. Jetzt habe ich ja Typ 2 angelegt gehabt. Aber Typ 1 hatte ich vorher bei der manuellen Installation schon angelegt. Und deswegen werde ich mich jetzt hier einfach bei dem normalen Typ-Account anmelden. Spielt ja keine Rolle. Und, äh, ja, das sollte jetzt, jetzt sollte ich drin sein. Ich kann gleich mal schauen, ob das Tastatur-Layout sich jetzt geändert hat. Dazu öffne ich jetzt einfach nochmal das Terminal. Die Konsole. Äh, mache Vollbild. Und, äh, gut, das hat schon mal nicht geklappt. Dann werde ich mich jetzt nochmal ausloggen. Log out. Und werde mich jetzt einfach mit Typ 2 mal einloggen. Da habe ich ja im Prinzip das deutsche Tastatur-Layout auch festgelegt. So, das probieren wir jetzt mal. So, jetzt hat er das gestartet. Startet, Launchpad starten. Dann nochmal das Terminal. Konsole. Vollbild ruhig. Größer. Und, ja, hat also auch hier nicht geklappt. Auch hier ist, das sind jetzt hier Ä, Ös und Üs. Das hat also irgendwie, funktioniert das halt auch mit den Locals alles nicht so ganz. Das ganze Skript ist quasi noch nicht wirklich ausgereift. Da fehlen tatsächlich ein paar, ja, essentielle Sachen noch. Das muss alles noch ein bisschen besser überdacht oder durchdacht werden. So, dann, ähm, was ich noch zeigen wollte aus dem, äh, aus diesem Skript. So, gehen wir gleich rein. Dann System Install Setup. So, äh, hier in diesem Skript. So, wie gesagt, die Installation, dann ist dann erstmal soweit gut durchgegangen, auch automatisch. So, hier bei dem Arch-CH-Root, da gingen die Probleme dann so ein bisschen los quasi. Denn, äh, aus irgendwelchen Gründen hat er dann zum Beispiel, erstmal hat er hier die, diese ganzen, äh, Sachen nicht wirklich übernommen, wie zum Beispiel die Zeitzone. Ist aber alles halb so wild. Das ist alles nichts, was man nicht irgendwie nachträglich, äh, dann noch ändern kann. Hier, der hat, äh, im Arch-CH-Root Sachen installieren wollen, was so nicht funktioniert. So, zum Beispiel hat er versucht, in der, äh, sudoers-File, also unter ysudo, die Wheel-Gruppe freizuschalten. Das hat aber nicht geklappt. Äh, nachdem das Skript durchgelaufen war, war die Wheel-Gruppe immer noch, äh, äh, mit einer Raute versehen. Äh, allerdings gab es tatsächlich am Ende einen neuen Eintrag namens default-all-all. Das ist im Prinzip dieser Default-User, der am Anfang automatisch sich einloggt, noch bevor man dieses Erstinstallations-Skript dann, oder dieses zweite Installations-Skript dann durchläuft, so dass man damit dann auch sudo-Rechte hat, ohne Passwort. Das heißt, das mit dem Default hat schon geklappt, aber mit der Wheel-Gruppe eben nicht. Dann, das hat geklappt, das, äh, aktivieren der Repositories und so weiter. Aber das hier hat dann nämlich nicht mehr geklappt. Git-Clone, make-PKG und so weiter. Das EA sollte ja noch installiert werden für den Plymouth, äh, um nachher Plymouth zu installieren. Und das funktioniert einfach nicht, da man make-PKG nicht als Root ausführen kann. Also das scheitert. Das sperrt sofort und sagt, nee, ist nicht. So, deswegen kann das hier gar nicht funktionieren. Man muss als Nutzer, äh, ersten Nutzer anlegen, sich als Nutzer einlösen, also dann sich CH-Routen, dann den Nutzer ändern, sich als quasi normalen Nutzer, äh, erst anmelden. Anmelden, dann kann man das hier ausführen. Man braucht dann auch schon Sudorechte, das heißt, das hier oben muss alles vorher schon durchgeführt worden sein und man muss seinen eigenen Nutzer auch Sudorechte schon pergeben. Und dann kann man im Prinzip Yay entsprechend oder Paro oder wie auch immer installieren. Dann hier genau dasselbe. Man kann nicht mit CH-Routen Yay ausführen. Das funktioniert nicht, das blockiert man, äh, da kommt eine Fehlermeldung. Wenn man Yay als Sudo ausführt, sollte eine Fehlermeldung kommen. Wir können das ja einfach mal probieren, wenn ich jetzt hier, äh, mal was eingebe. Zum Beispiel, wo haben wir es? Nochmal ein Terminal. Dann hier Yay, da kann ich jetzt einfach mal, äh, Sudo Yay und dann, äh, keine Ahnung, äh, haben wir irgendwas aus dem User Repository, was wir installieren können. Ja, wir können ja einfach mal Paro installieren. Ja, Paro, wenn ich das jetzt als Sudo ausführe und sage, ja. Gut, dann wird es funktionieren, scheinbar. Also das heißt, äh, Yay wurde mittlerweile so gebaut, dass der dann das, äh, Sudo einfach ignoriert oder diesen, dieses, das Root ignoriert und das Ganze quasi als Nutzer nachher, äh, herunterlädt. Wobei das Paro jetzt auch gar nicht neu gebaut wurde. Können wir noch was anderes probieren. Ich bin mal gespannt, ob das dann funktioniert. Ich könnte zum Beispiel Octopie mal installieren. Äh, Sudo und dann Minus S, Octopie. So, das Erste nehme ich. Und die, das Erste. Und Remove Make Dependencies. Ja, können wir machen. Ups. Ja. Äh, eins, eins und nö. So, genau. Hier, ne, da sagt er irgendwie, äh, Permission Denied. Also das funktioniert nicht so. Man kann das Ganze nicht als Sudo installieren. Wir können es jetzt nochmal ohne Sudo probieren. Jawohl, jawohl, jawohl und jawohl. Und dann scheint das Ganze zu funktionieren. Ja, proceed with the installation. Jetzt funktioniert es, wenn ich es nicht als Sudo ausführe. Das Paro hat er jetzt installiert, weil es scheinbar nicht gepackt war. Weil es, äh, schon komplett fertig zur Installation fertig war. Äh, oder weil es mit dem, äh, mit dem, äh, eigenen Repository, im eigenen Repository drinne war. Ich kann nochmal ganz schnell nach oben scrollen. Der hatte nämlich hier noch, äh, in einem anderen Repository nachgeguckt. Äh, hier, das sieht ja aus, als wenn er das direkt aus einem fertigen Repository quasi holt. Dann funktioniert das natürlich. Ja, allerdings jetzt zum Beispiel Octopie ist, äh, nicht in keinem Repository verfügbar. Ja, der baut das jetzt. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Kann der ruhig bauen. Äh, wir können das nochmal schnell schauen. New tab, Default. Und dann machen wir, äh, sudo pacman-sy. So. So, und da sehen wir, da gibt es die ALG-Repo. Und ich nehme mal an, dass Paro aus diesem ALG-Repo kommt. Und weshalb dann, äh, das mit dem sudo zufälligerweise jetzt funktioniert hat. Aber wir sehen ja, bei Octopie hat das eben nicht funktioniert. Da hat er einen Permission-Error ausgegeben. So, während er das jetzt hier, äh, noch in Ruhe installiert oder, äh, kompiliert, ähm, machen wir einfach mal, äh, weiter. Wir gehen nochmal zurück. Ja, das hat dann alles nicht funktioniert. Und ergo, äh, das Ganze dann hier eben auch nicht. Weil dann hat er das nämlich alles komplett abgebrochen an der Stelle. Das heißt, die Services konnten nicht gestartet werden. Network-Manager, STDM-Services und so weiter und so fort. Und, äh, hat dann im Prinzip die Installation komplett auch abgebrochen. Noch bevor sie eigentlich richtig fertig war. Ja, und deswegen konnte das Ganze auch nicht gestartet werden. Ich habe jetzt quasi die Schritte hier alle dann händisch durchgeführt. Ja, mit den richtigen Berechtigungen und so weiter. Hat natürlich einige Zeit in Anspruch genommen. Aber grundsätzlich ist es möglich. Und schon habe ich dann im Prinzip, ähm, das Ganze hier, äh, installiert. Ich weiß, dass hier an der Seite noch ein, äh, ja, ein Menü, eine Art, äh, Menü gibt. Äh, weiß jetzt aber nicht, wie ich das aufrufen kann. Äh, ich denke mal, das ist auch erst mal gar nicht so schlimm. So, wir können aber gleich mal hier reingucken, wo wir schon im Firefox sind. Können wir uns, äh, den Firefox auch angucken. Das ist die 103. Also der aktuellste Firefox aus dem Arch-Repository. So, dann, äh, gucken wir mal, ob das Terminal sagt. Der ist immer noch am Kompilieren. Das ist in Ordnung. Äh, wir haben hier, äh, Konsole mit einem K quasi. Die ganz normale KDE-Plasma-Konsole. Das ist die Standard-Konsole. So, wenn man ein neues Fenster oder eine neue Shell öffnet, dann öffnet sich quasi, äh, ja, wie so ein transparentes Fenster. Und dabei handelt es sich um ZSH. ZSH. Ja, so, deswegen ändert sich nicht. Ansonsten, wenn ich zum Beispiel hier dann einen neuen Reiter öffne, dann kann ich hier zum Beispiel auf Default gehen. Und hier wäre Default dann die Bash. Das sieht man dann hier unten. Bash. Und Bash hat hier dann keinen transparenten Hintergrund. Und hier sieht dann auch ein bisschen, äh, das Teil hier vorne ganz, ein bisschen anders aus. Ja, so sieht das in ZSH aus. So sieht das in der Bash aus. So, hier ist er noch am Kompilieren. Das ist, dann lassen wir den da jetzt in Ruhe rumkompilieren. Und schauen mal an, was wir hier so Schönes noch haben. Das hier ist zum Beispiel Piles. Piles hat hier oben, äh, keinerlei Menüs weiter. Äh, bin mir jetzt tatsächlich nicht 100% sicher, was das Ganze hier ist. Das ist, nennt sich einfach nur IELTS, Access und Organize Your Files. Und das ist eine Gnome-Anwendung. Das ist also Gnome-Files ist das. Interessant, eine Gnome-Anwendung hier in KDE Plasma zu implementieren. Äh, grundsätzlich kann ich aber nur sagen, ist Files recht schick eigentlich und auch sehr, sehr gut zu nutzen. Man, äh, kommt hier intuitiv dann wirklich raus. Man kann hier Favoriten anlegen. Man kommt hier in seinen Heimordner rein, sein Heimverzeichnis rein. Und, äh, ja, da, äh, lässt sich dann noch einiges machen. Und hier kann man dann auch bei Other Locations noch Netzwerkordner hinzufügen. So, also ein sehr einfacher, äh, File-Manager. So, dann gibt es dieses Launchpad. Das Launchpad ist ein bisschen, äh, seltsam, weil hier werden leider nicht alle Programme einfach so angezeigt, wie man das dann, äh, ja, gewohnt wäre. Äh, wenn man tatsächlich was öffnen möchte, muss man das schon irgendwie, schon mal eingeben. Ich kann jetzt zum Beispiel mal ein A eingeben. Da sehe ich alles, was mit A anfängt oder wo ein A drin ist. Dann, äh, wir können ja mal mit B weitermachen oder mit Office haben wir, äh, eine Office-Bibliothek haben wir jetzt hier nicht mit dabei. Äh, das fehlt also, äh, so dann Terminal. Da haben wir eben die Konsole, Infocenter und so weiter. Dann gibt es, wie gesagt, die ganz normalen, äh, Einstellungen, die wir hier noch haben. Und hier in den Einstellungen, da lassen sich dann, äh, die ein oder anderen Sachen dann wirklich einstellen. Und ich nehme mal an, da lassen sich dann auch die Sprache einstellen und die Tastatur. Das können wir jetzt nochmal ganz fix testen. Input Device, Layout. Jawohl. Add. Und dann German. Und ich nehme German, German. Okay. Dann, äh, machen wir hier Remove. Und dann haben wir German Apply. Und, äh, ja, wenn ich Glück habe, funktioniert das jetzt auch. Ich kann jetzt hier oben nochmal auf, äh, neues Fenster gehen. Und kann nochmal gucken. Jawohl. Jetzt haben wir die deutsche Tastatur. Gut. Das muss man dann einfach, ähm, in der, in den Einstellungen einfach separat nochmal einstellen. Gut. Gut, dass das funktioniert. So, ja. Ansonsten, wie gesagt, man kann dann sicherlich auch den Rest noch, äh, auf Deutsch einstellen. Wenn das hier auch das Menü alles in Deutsch eingestellt wird, können wir hier mal bei, ähm, bei den Regional Settings gehen. Äh, machen jetzt hier einfach, äh, Deutsch. So, da haben wir Deutsch. Einmal hinzufügen. Dann einmal nach oben. Und American werde ich jetzt hier einfach entfernen. Dann applyen wir das Ganze. Und dann könnten wir uns im Prinzip einfach aus und wieder einloggen. Und dann sollte das Ganze dann funktionieren. So, hier muss noch ein Passwort eingegeben werden. Sonst sagt er, bricht er das Ganze ab. So, jetzt ist das installiert. Jetzt haben wir, äh, Octopi drin. Das ist quasi, äh, eine Art, äh, ja, Store im Prinzip, könnte man sagen. Äh, bloß, äh, alles. So, können wir mal gucken. Octopi. So, da haben wir Octopi. So, und dann, äh, ja, haben wir hier im Prinzip unser Software Center. So, ein bisschen wie die Synaptics-Paketverwaltung bei Ubuntu, ne? Oder Debian. Gut, dann, äh, haben wir hier noch einen Store. Achso, wir können ja mal ganz kurz ausloggen, nochmal einloggen. Machen wir mal kurz Logout. Und, äh, und Login. So. Auflösung hat er gespeichert, das ist schon mal gut. So, dann gucken wir mal, ob, äh, die Einstellung, ja, jetzt steht Systemeinstellung. Jetzt ist alles auf Deutsch. Okay, mit ein bisschen Aufwand lässt sich das Ganze dann, äh, doch irgendwie, äh, einstellen. Ja, dann, äh, wie gesagt, wir haben, äh, dann unseren, unser Software Center. Ja, das ist das, äh, sieht erstmal ganz normal aus. Hier können wir noch ein paar Systemaktualisierungen machen. Äh, Python Pip steht in der Pipeline. Äh, brauchen wir aber keinen Neustart machen. Wir brauchen die Installation jetzt erstmal nicht machen. So, so wie es aussieht, ist, äh, sind die Standard-Apps drin, aber kein FlatHub oder Flatpack ist jetzt nicht mit dabei. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt hier einfach mal Discord eingebe, zum Beispiel. Dann, äh, doch ist Discord tatsächlich mit dabei. Und zwar steht jetzt hier nicht, äh, in welcher Form. Aha, als Arch-Community-Paket. Also nicht als Flatpack oder ähnliches. Und, äh, wir können nochmal noch Spotify nehmen. Ja, und Spotify ist gar nicht dabei. Ja, also Flatpack, das müsste man erst alles aktivieren. So, wie verhält sich, äh, das bei diesem System im Vergleich zu, äh, zum Beispiel, äh, Linux-FX oder Windows-FX, wie das heißt? So, zuallererst, äh, ist eine kleine Verbesserung, äh, bezüglich des vorherigen Peer-Linux, äh, zu spüren. Und zwar, und zwar geht es hier auch um die Nutzung von, ja, lizenzierten Grafiken und Symbolen. Da hat Peer-OS hier komplett drauf verzichtet. Hat zwar, äh, ja, mit der Birne, mit der abgebissenen Birne quasi so ein bisschen eine Hommage an Apple, ähm, kreiert. Allerdings sind die Anwendungssymbole keine Original-Apple-Symbole, sondern durchaus dann eigene Symbole aus den Repositories. Und das ist auch in Ordnung so, so kann es dann auch nicht zu irgendwelchen Streitereien zwischen Apple und dem Entwickler hier kommen. Was ich sehr schade finde, ist, dass auch dieses Projekt wieder nur eine One-Man-Show ist, dass nur ein einziger Entwickler hier dran auch arbeitet. Man kann das ganze Projekt forken und dann einfach selber mitentwickeln. Dazu müsste sich die Community allerdings bereit sein, dass es sich lohnt, hier eben Zeit zu investieren in ein, äh, ein ganz normales Arch Linux, das eben nur so aussieht wie Apple, ja, das also grafisch lediglich ein bisschen aufgehübscht ist. Weil ansonsten kann ich jetzt hier keine Unterschiede bezüglich eines regulären Arch-Systems feststellen, ja. Das Installations-Skript ist erstmal eine richtig coole Idee, ja, mit diesem Vollbild-Skript, das funktioniert alles noch so semi-gut, das ist alles noch nicht ausgereift. Und hier muss das, das eigentliche Script-Ding komplett nochmal überarbeitet werden, gerade mit den Installationen aus dem AUR. Das funktioniert nun mal nicht als Root, als Root-Nutzer, das heißt, das muss irgendwie anders gelöst werden. Auch das Post-Installations-Skript nachher, also nach dem ersten, äh, nach dem ersten Neustart, wo man dann einen neuen Nutzer anlegt, finde ich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr schön gemacht. Aber das ist, ah, fühlt sich alles noch so ein bisschen Beta an, obwohl es, glaube ich, schon die zehnte Version oder so ist, äh, fühlt sich das noch nicht fertig an. Was ein bisschen schade ist tatsächlich. Auch bei dem Packstrap muss natürlich dann die Paketlisten noch korrigiert werden. Äh, Elektron 11 ist nun mal nicht mehr im Repository dabei. Das heißt, äh, dieses, ähm, Erstinstallations-Skript nach dem ersten Neustart, welches ja auf Elektron 11 basiert, das ist ja, nutzt ja das Elektron 11-Framework, äh, muss umgeschrieben werden. Elektron 11 ist nun mal obsolet, wird nicht mehr genutzt und da hat der Entwickler noch alle Hände voll zu tun. Äh, optisch gut, insgesamt besser, deutlich besser als Linux-Effekt, deutlich transparenter als, äh, also nicht vom optischen Transparenter, sondern auch ein bisschen transparenter, was die Entwicklung angeht. Es gibt eine Webseite, es gibt GitHub-Repository, wo man aktiv am kompletten Projekt mitgestalten kann. Und, äh, deswegen optisch schön, auch von der Machart schön, würde ich es jetzt, äh, nutzen, eher nicht. Wenn ich, äh, wenn mir das Design gefällt, würde ich mir trotzdem ein ganz normales Arch nach meinen Vorstellungen installieren und dann ganz einfach das Plymouth-Theme einfach nachinstallieren, äh, das ist ein KDE-Theme, das ist überall verfügbar. Dann kann man das auch selber so ein bisschen gestalten, in Lattedock noch mit Voreinstellungen und Symbole dann auch. Also, ich finde, es ist nichts, wozu man jetzt eine extra Distribution braucht. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.